Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Day Z Weihnachtsspecial auf dem Peaksmeet Fernsehver. Together mit dem Klaas, der ist gerade letzte Folge leider verreckt. Ihr seht es oben links. Ja, und wegen Synchronisations-Track mache ich mal... Clip your hands. Clip your hands. Wo bist du denn gespawnt? Ich habe bitte nicht aufgepasst. Das sieht nach Kamenka aus. Kamenka? Also ganz unten links, wo ich von gespawnt bin? Ja. Soll ich dir entgegenkommen? Katzenweg wieder zurück. Also wenn der Cerno an da mit einer Waffe rumläuft und ich habe nur eine Axt, dann gehe ich da ganz sicherlich nicht rein. Der hatte nur eine Axt. Hatte der auch nur eine Axt? Ja, natürlich. Ja, habe ich nicht gesehen, ja. Ich finde es so geil. Alter. Ich finde es so geil, dass du nicht umgeflogen musst. Ja, die Axt ist ein bisschen overpowered, muss ich schon zugeben. Also ich gehe jetzt nach Cerno rein. Du kommst schon hinterher gedackelt. Lalalalalala, ich sehe ein Zombie. Ich trage in Magazine, A15 Schuss, glaube ich zumindest. Oder die 1911, wie viel hat die? Ein Schuss. Ach, du hast mit der 1911 auch wie geschossen? Naja. Die hat sieben. Ich bin siebenmal, damit ich mache die 300. Nicht genug Schaden, ne. Ich hätte auch eher Axt genommen, anstatt ne. Also so Pistolen. Ich hätte die nehmen sollen. Ja, wie. Danny wurde schwer gekillt. Mensch, Danny. Im Eckhaus warst du schon, also in dem Orangen. Ich war überall schon nicht. Du warst so ziemlich im Zentrum in seinem Eckhaus. Hier liegt mir die Endfield. Oh, ne, Muni aber. Ich hab Muni. Ah, haha. Sieht nach Kamenka aus, ja. Wie oft lässt sich der Danny hier töten? Danny, Danny, Danny. Lieber hab ich ne Schusswaffe, weiß. Ja, sie hätt mit der Lee auf ihn geschossen. Ich hab mich schon gefragt. Du hast doch nichts mit der Lee zieh'n Schuss in den rein und der ist immer noch nicht tot. Wär schlauer gewesen, ne. Hier sind Huhn im Haus. Ja, wär ein bisschen. Dann hätte ich die Lee auf den Boden gelegt, aber Axt die Rest durch den Zombiesick gekommen werden geknüpft. Das ist Huhn. Ich komm nicht vorbei, ne Huhn. Was? So ein Huhn? Ich komm nicht drüber, wie das Huhn. Naja, schauen wir jetzt wo. Ich bin jetzt auch am Sucht angekommen, wo du schon drin warst. Mal schauen, was da drin liegt. Na komm. Und go. Was ist denn das denn alles? Und ich hab's auf Aufnahme. Was hast du denn gemacht, bis du beim Dicken warst? Das siehst du mal schon. Ha, ha, ha. Da. Ein Pro. Folchner und Tal. Irgendwo ein Rucksack ist es. Leider nichts sehen. So, meine Kinder ist es zu essen. Jawohl. Deine Stimme leckt. Ich weiß. Du weißt Bescheid. Dann halt doch mal die Fresse. Ja, genau. Müsst du mich verarschen. So, was hier noch fallen? Ist noch eine Bandage? Nö. Freue ich nicht. Maschu, was geht? Oh, Maschu. Mensch, Maschu. Maschu. Da hab ich mal letztens eingesnackt. Und ich da hinten. Da am Zaun stand ich. Und hier hinten war ein. Genau hier. Und den hab ich da. Hm? Hast du irgendeine Waffen zurückgelassen? Hm? Hast du irgendeine Waffen zurückgelassen? Ich hab Waffen offen. Alles klar. Nö, aber in der Zeit, wo ich jetzt, wo ich's bis hierhin geschafft hab, sollten schon wieder neu gesponsert sein. Bestimmt wieder im Industrie, wo du am Anfang gesponsert bist. Könnt ihr havens hier mittlerweile? W ellen auch immer wieder eine Axt drin liegen? Gammt auf dem Schienen. Also ganz unabhängig. there maybe. Hm. 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 Hm 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 Hm. Eine Uhr hab ich schon. Uh. Ja ja. Da hab ich die Feuerwache. Was so? Küs, Kür, Kürus, Küruschel. Wurde gekillt. Küruschel. Und ich hab was angelockt. Rage-Grid. Nö. Nur weil ich ne Lee hab. Wenn mir die Muni ausgeht, hab ich noch ne Akte. Oh, hier drin sind sehr viele Zombies. Feuerwache. Könnte wohl einer drin sein. Ja, die gehen alle Kräfte hoch. Matitor. Ich, ich schau mal, ob einer schießt. Ach, du Scheiße. Käm dich einfach hin. Das Beste. Ja, warte mal. Nimm die Lee. Die ist viel besser. Ich hör einen, ich hör jemanden hupen. Der hat, der hat nen Truck. Und jemanden schießen. Der hat ne AK. Also zwei oder eine? Und der Truck, und der Truck kommt näher. Und da hinten kriecht ein Zombie. Oder man anhält, halt drauf. Obwohl, hm. Kannst du den Truck kaputt schießen mit der Lee? Ich, ne. Ich kann aber auch auf Reifen schießen. Mit ner 1,50 würde ich's gehen. Aber ich mach da viel mehr Damage. Okay, ich hör jemanden rumkriechen. Weiß ich, ob's ein Zombie ist oder ein Spieler. Das war's, wie mein Spieler. 3, lol, 3, lol. 3 Autos in Chairnote. Fuck, die sind bei mir. Fuck, 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 fuck. Echt Eile, mein Süßer. So viel hab ich nicht zu verlieren. Ich knöde den Lee. Oh, Zombie, da raus. Die Zombies gehen wieder aus der Feuerwache raus. Ich hör die Autos nicht mehr und ich auch geschießen. Ich hör die Autos nicht mehr und ich auch schießen. Der Händeingang ist offen. Ich hab deine Hand in die Hand. Ich hab' nicht zu viel zu trinken, da muss man mehr auf essen. Ah, ich seh die Factory. Alekka. Ich hör' jemanden kriechen. Ich weiß nicht, ob ich in den Tau hoch soll. Ähm, nee. Wenn du gute Sicht auf dem Eingang hast, dann... Warte. Hier oben liegt schon mal ein totes Zombie. Dann wird da wohl einer sein, ne? Ja, oben, oder? Könnte auch draußen einer sein. Also auf dem Dach. Geh' in die Ecke, wo man auf die Tür und... Also irgendjemand, irgendjemand... Wir sind hier angewandt. Ja, das kannst du jetzt auch lesen, oder wie? Ja. Also, ich hör' draußen, die ausflippen, ausrasten. Aber ich bin hier grad in der Ecke. Hedcamping mit Hänger und Glas. Okay, anscheinend fahren die schon auf dem Bus. Na klar. Erstmal schnell, was? Betonung auf schnell. Pick up. Mach hin, mach hin. Sollten, ich weiß nicht, ob die nach... Nach Westen fahren. Also zu dir. Vielleicht kommen sie an dir vorbei. Ja, bestimmt zu Elektro. Irgendjemand. Und ein normales Auto. Snack dir irgendwas. Da schießt einer bei mir rum. Auf dich? Nö. Auf Zombies. Irgendwas, aber nicht auf mich. Ich weiß halt nicht, ob... Ich weiß halt nicht, ob... Da hat jemand denn eine Granate geschmissen. Ich hatte eine dabei. Vielleicht war es der eine Typ, der mich gekillt hat. Also, der hat sowas ähnlich. Der hat auch eine Lee. Natürlich, der hat sich meine gesnackt. Mach mal eine Lee-Battle. Neeroy, du, 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 äl. Ich glaub, der kommt hier rein. Ich war in eine andere Position. Wo ich eine bessere Sicht auf alles hab. Läck dich hier. Nur hinlegen muss ich mich nicht. Bin ich im Nachteil. Kann ich nicht wegrennen. Ich behalte mal den Hintergang im Auge. Ich hab auch die... ...bei Vordereingänge im Auge. Ich seh schon, wenn sich ne Tür öffnet. Wobei, die hinten ist schon offen. Die will ich jetzt nicht zumachen. Mir geht grad doll die Pumpe. Pumpe, Pumpe. Hallo. Bitte fahr'n. Bist du schon... Wo bist du? Bei Lothar. Okay, er schießt nicht mehr rum. Okay, Turbo. Jetzt bin der Turbo-Prop. Ich muss schnell ziehen. Okay. Der M. Hopp, 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 hopp. Irgendwie bin ich voll langsam in der Sonne. Hm. Wie geil. Wie schön. Hi, hi. Ich warte in der Feuerwacht. Ich warte in der Feuerwacht, ich. Sehr schön. Die Autos. Ich hab' die nicht anmelden, ich hab's nur gehört. Ich hab' den Typen-Hoop gehört. Tü, tü. Genau. Crap. 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 Alles für die Schese hier. Ich will die Schese mehr. Jetzt bin ich voll angreifend. Ich bin grad' den Turm hoch, um mir Sardinen zu holen. Leckere, kleine Sardinen. Wenn ich dich richtig verstehe, soll ich direkt nach Cherno kommen, oder? Jo. Ohne Waffen, mit mir alles. Ja, ich bin auch nur mit einer Headshot. Du sollst, du kannst euch ein paar in das Filz abklappern, so wie ich, und dir eine Headshot holen. Und ein paar mehr Vangagen. Das wär' schon ganz anliegend. Das ist so kalt. Crap. So, und während ich hier warte, ich hör' Trolli-Würmer. Ich ess' meine Schokur-Britz-Malik. Von der Marke? Milka. Boah, ja, wir lieben Product Placement. Nein, nein. Milka. Russisch Milka. Da. Mit extra Vodka. Wo? Mach die dicken Vodka, die denn? Industrial. Aha. Tutu. Da hast du ein Problem, Alter. Na, geh rein. Entweder kriegt er einen Zombie oder einen Mann. Oh Mann, schieß drauf. Halt drauf. Komm, komm. Du musst dich gerne hauen. Den kriegt er außerhalb. Halt drauf. Halt drauf. Loll, die sind hier beim Flugfeld. Halt drauf. Ja, die fahren da. Ja, die fahren da. Oder einen Bus zumindest. Drauf, wirf'n Stein. Jetzt leck' mir den Bus. Ne, sagen, da drin steht. Ne, wenn er aussteigt. Na, dann hol dich ab, wenn du ihn hättest. Mach' mir kaum nimmt er auf, dass er notiert er was. Loll, da hat einer, Sniper. Der schießt auf wen. Soll ich weiterhin in der Falle... Ich bin der Reporter. Der steht beim Fahrrad, der Mongo. Boah, ich brauch' ne Waffe, die wird den so weg snacken. Ist das ein Sniper mit Ghillie Suit? Äh, ne, das ist ein normaler. Ich geh' mal in Cerno weiter. Wie viele sind's denn jetzt? Oh, es werden immer mehr. Ich frag' mal, ob sie friendly sind. Ist da echt hin? Hey, ho, guys. I'm friendly. Hier, äh, auf dem Feld. Ich hab' nichts, und ich hab' angefangen... ...neu. Sag' du bitte, sag' du bist neu in den Deal. Ich bin, äh, Charmaine-Guy. Ich bin, äh, Charmaine-Guy. Was sind die? Die knallern... Hey, two cars! Hey, ho! Hey, ho! Come on! Und drei, knappe! Eins! Jetzt knallen sie dich über den Haufen. Over here! Wait! Please! Please! Klaas muss killen. Was war's? Was? Der hat mich zusammengefahren, der Mongo. Geiler Scheiß. Das war's mir wert. War doch... War doch sooo klar, ey. Ey, der hat mich zusammengefahren. Ja, hallo. Was hättest du denn in der Situation gemacht? Genau dasselbe, wenn da so ein Mongan kommt und will den Bus... Ich wär' ausgestiegen und hätt'n erschossen. So ein schöner Heddy von hinten. Ne, ich hätt'n zusammengefahren, spart'n die. Aber es war's mir echt wert. Mal schauen, wo du spawnst. Wahrscheinlich wieder, Inka. Danke. Warte, ich muss aufpassen. Lade. Ja. Heute noch. Requesting Servers. Setup completed. No, 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 no. Oh, das sind die Ent... Elektro war dort. Na ja, können wir was anfangen jetzt? Ja. Dann komm mal nach Cerno rein. Ich würde zuerst Elektro... Ja, okay, kann's auch machen. Na, ich wurscht. Dann... Was mach ich dann? Wir könnten doch mal so'n kleines Duell machen. Wir müssen dann gegenseitig suchen und dann... ...battlen. Nee, nee, nee. Viel aufwendig für mich. Ich bleib' jetzt schön in Cerno. Großen Rucksack. Wir nehmen beide auf, keine Nachteile. Da würde ich sagen, gehen wir nach die Wahn. Hm? Wir nehmen beide auf, keine Nachteile. Aber wenn ich auf dem Server sterbe, ich muss nämlich schon wieder von vorne anfangen. Ich würde auf dem Server... Ja, das saved die Beliebene die Sachen. Ganz klar. Ja, genau, weil das alles mitkennst, was ich hab. Ja, sicher. Nee, nur mit Waffen wie so'n... Wenn es einen Überlebenden gibt, wird nämlich keinen geben. Ja, komm klar. Ja, komm klar. Walter, du Morgenwurzer meld dich doch mal. Mikrofon aktiviert. Ich sterbe. Nee, ich meine, wir könnten das so machen, dass sich jeder eine Lee sucht oder eine M1911. Und dann sagen wir, ja, treffen wir uns in Elektro. Dann... Battle. War doch so klar. Nö, ich mach' kein Battle. Nicht gegen jemanden mit ihrem TS-Pin. Ja. Warte, Elektro ist rechts von Schirno, oder? Ja, du musst nach links. Hm, da bin ich in die falsche Richtung. Oh, wack. Ich glaub' ja schon die Feuerwehr hier ab. Hm, der eine Typ hat den DM-R-Capt. Oh. Oh. Ich muss erstmal Headshot nachladen. Fuck, wo kommt denn der hin? Die hätte ich gern gehabt. Bist du tot? Doch, ins Knie. Nein! Ich took an arrow to my knee. Ja, da ist einfach... einer... Da ist einfach ein Zombie direkt vor mir im Zimmer gespawnt. So. Hammer des. Oh, guck' er mal. Immer wieder geil. Ich hab ne Wasserflasche ge... den... Robert was killed. Robert. Mensch, Robert. Aber anscheinend von Zombies sind da gestanden. Von wem und mit was? Robert. Spieler. Hey ho. Warte. Hey ho. Geil. I have nothing. Nein, ich wiss nicht. Ich befolg' den mal. Ich hab' da was schönes. Musst du mal andere Spieler nerven? In der Tat. Wir sind bei 21 Minuten. Ich sollte auch hier mal einen Cut machen. Ist grad schlecht. Doch, es gab's sehr gut. Wir können nur einen Grund laufen lassen. Die eine Folge. Nein, kann man nicht. Also, ich hoffe, ihr schaut's wieder ein. Wenn's wieder heißt, Let's Play Day Z. Together. Und zwar auf dem... Vom Pete's Meet. Also, der Fernseher war. Weihnachts-Anschein. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschüss.